Ja, moin Leute, Abus auf Trocken hier mit am Start. Heute zocken wir eine Runde Minecraft. FUUUUCK! Also, sowas kann passieren. Muss es nicht. Ah, da liegt noch eine Leertaste auf dem Boden. Ja, ich hoffe, dir hat es gefallen, Nebelnick. Und, ja, das passiert eben, wenn man ApoRed imitieren möchte. Das war's dann auch schon mit dem Video und... Like geil ist unser Lifestyle.